Ruhe! Wir versuchen es, wir geben unser Best... Huch, sofort Hilfe! Was denn? Fuck! Scheiße! Du Hure! Neuladen. Neuladen würde ich sagen. Und ich steppe als Nächster, Alter, was der ausfällt kann. Den hab ich noch kaputt bekommen, nachdem die eine gestorben ist, ne? Ey, das hab ich gar nicht mehr gesehen. Hab ich schon neu laden müssen. Neuladen! So, warte, jetzt geben wir mal ein bisschen mehr Struktur da ran. Ne, ja gut, mach mal. Ne, ich mein nur mit Struktur im Sinne von, ich heile jetzt erstmal meinen Kalid. Ich heile jetzt erstmal den Kalid in aller Ruhe, sodass wir da direkt alle von Anfang an drauf gehen können. Und wir tauschen die Moen und Branden mal. So, das wollte ich jetzt noch kurz machen. So, heilsauber auf Kalid. Hast du vielleicht noch einen Heiltrank? Ne, du hast noch drei. Dann würde ich gerne nochmal einen. Und der Mings kann... Ne, der Mings hat noch... Mings, Kalid haben noch einen. Ich könnte noch einen brauchen. Branden, die Moen hat auch noch drei. Also ich glaub, das ist gut. Wie lautet Ihr Befehl? Dankeschön. So, und der Kalid ist geheilt, dann können wir los. Okay. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Alter. Ich hab mich da voll schreckt, was ist denn jetzt kaputt gegangen? Hörbe! Stop! Ich bin noch gar nicht bereit! Imoen steht noch vor dem Kampf! So, ich meinte, sind jetzt schonmal ein bisschen strukturierter als eben. Der Mings kann auch noch irgendwelche Zauber in diese Richtung machen. Was kann ich für Richtung tun? die Räder den unskantieren wir schon das werden wir machen und so näher kann ich Tiere beschwören Probe und noch mal neuer als sie weil sie gerade noch weglaufen die sich schon nicht von dem so bei der folgenden Waffe hat man also ich weiß, als wir das letzte mal gingen, hab ich dann auch schon voll die Schwierigkeiten gegen den das war voll krass ja, du hast eh als Brandwind gestorben, das war mir eigentlich relativ egal ja, jetzt mach wir aber leben sollen ja, aber du sterben ist irgendwie nicht so geil so, jetzt erstmal wieder unsere standardgemäßen Züge zack, zack, gib mir schon mal einen Halter lauf doch nicht vor schlägt doch gar nicht tschüss heute ist ein guter Tag zum Sterben so, hier, göttliche Macht was wollt ihr? womit kann ich sie nirgeln? ein bisschen schlafen hat sich so viele Heimdreiger hast du krass, ich hab's ja aus dem Caster rausgegammelt komm so, oder? ja, warte, das ruckelt grad mit mir ein bisschen, weil du göttliche Macht machst so, los geht's das ruckelt einfach, weil die Datenverbindung da nicht so geil mit mir kommt so, da sind meine nein, 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 der soll nicht mir das quatschen die müssen dann noch nein, Jonas Moronis muss durch die Mauer durchkommen das kann alles schon sehr wohl man, schon mal voll auf die Fresse gekriegt ich bin ein E-Shirt blablabla wir werden hier ja voll am rumlegen oh Aua alter scheiße wie lautet ihr befehl mich kümmert's nicht ja 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 ich glaube auch jahre jahre des Todes da das hat mir so der im Helmkrieg ist immer die Steine an den neuen die du inventarst du kannst auch warum zockt so er hat einen Streitkolben in Brechtflege plus 1 das ist überhaupt von Helm ist das was besonderes ne das einfach nur der sieht aber geil aus und ich will ihn haben reicht das nicht als grund es sei denn der gibt jetzt irgendwie mehr gold als der anderen dann nehme ich natürlich dann behalte ich den natürlich nicht das wäre fatal alter was er für sachen hat nicht schlecht so ich würde sagen wir machen mal abteilung tränke und zauber bei branden auf dann hast du mal ein bisschen mehr platz im inventar was hältst du davon das schild ist aber ein normales schild oder ist das ein schild plus 1 oder so ein schwachsinn ja ja ich hab noch die geschichte des schwerter von licht und dunkelheit und deutsch kann mir schon wieder sein was kann mein bruder schon kann man sowas denn nicht blicken mein gott du musst ja mal ein schild besorgen alter habe ich auch ich habe meine tür hängt vorsicht aufnahme so wir müssen noch den geist suchen ja der müsste ja eigentlich irgendwo rum schwirren die laufen auf dem weg ist da tausend feine über den weg aber egal ja was soll's was geht jetzt los wir können ruhig gleich mal eine ruhepause einlegen weil wir müssen noch die heilsammer wieder auftanken ein bisschen schneller wenn ich bitten darf komm hierher ich bin ja mal mehr ich hab mir das mal voll angebracht diesen scheiß geist zu füllen ja der ist ja glaube ich ganz gut versteckt er ist das random er rennt einfach irgendwo durchgegen ja so lange ist um holkarst herum ist es noch okay die morgen übrigens keine tratsche warum hat die gar keine tratsche so braucht ihr nicht mehr aha die beste schule von allen ein ganzes lager voll mit geheimen wissen verloren alles verloren ist jetzt ein gewöhnlicher kerker wir strebten alle nach wissen nichts ist uns geblieben es gäbe neue hoffnung wenn nur ein einziger leitfaden wieder geholt werden könnte unter dem schutt in den untergeschossen hoffnung kehrte zurück die geschichte ist von so großer bedeutung haben wir gemacht das wissen kerl mit diesem einfachen worten auf pergament geschrieben zurück noch einmal lehren zu können in einer himmlischen lehrstunde ich würde das alles verhindern eines tages die morgenstufe erhöhen 1000 und unser tagebuch wurde aktualisiert 24 und die morgen kann neue oh die kann jetzt auch große schwerter nehmen dann gibt er mal die kann jetzt echt große schwerter nehmen dann gibt er mal ein bastardswert obwohl die netten kurzschwert plus 1 das müsste eigentlich besser sein also geht es nicht kaputt wir lassen die mit einem kurzschwert kämpfen würde ich sagen gibt er die spezialisierung darauf wir werden alle noch einmal leben eines tages so auch neue pause ja denke ich auch also leute haut da rein ähm war wie immer eine schöne session nächste session dann ankerzjagen denke ich auch und äh möglicherweise mings freunde daran befreien je nachdem wie guck mal wie geil wir da stehen je nachdem wie die zeit reicht ähm von mir Toni schönen Tag und tschüss tschau Leute